Gäbe es einen Wettbewerb, welcher Komponist die stärkste Wirkung auf sein Publikum ausgeübt habe, so hätte Ludwig van Beethoven wohl sicherlich gute Chancen, zumindest einen der vorderen Plätze zu belegen. Nicht zuletzt das diesjährige Beethoven-Festival der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover zeugt von der anhaltenden Faszination, die bis heute von Beethoven ausgeht. Die Zeichnung Eugène Lamys aus dem Jahre 1840 führt uns durchaus mit ironischem Unterton vor Augen, wie divers und intensiv die Menschen offenbar seit erdenklichen Zeiten auf seine Musik reagiert haben, in diesem Fall auf den berühmten zweiten Satz seiner siebten Sinfonie. Indes nicht nur die Ausdruckskraft seiner Kunst, sondern auch sein heroischer Kampf gegen widrige Lebensumstände und das von seiner Musik immer wieder zum Ausdruck gebrachte humanistische Ethos haben bei seinen Anhängern zu einer geradezu kulthaften Verehrung seiner Person geführt. Von deren Blüten vermittelt diese ausdrücklich als Apotheose bezeichnete Darstellung des französischen Künstlers Jean-Paul Laurent aus dem Jahre 1902 einen lebhaften Eindruck. Bei dem ihm nachfolgenden Komponisten jedoch ist Beethoven mit seiner Kunst nicht immer auf so ungetrübte Begeisterung gestoßen. Keinem der komponierenden Nachgeborenen blieb es erspart, an Beethoven buchstäblich vorbeikommen zu müssen. Wie schwierig sich das aber selbst bei seinen Bewunderern zuweilen verhielt, bezeugt die Reaktion von Johannes Brahms auf das Drängen eines Freundes, doch endlich mit seiner ersten Sinfonie herauszukommen. Ich werde nie eine Sinfonie komponieren. Du hast keinen Begriff, wie es unser einem zumute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört. Und damit war niemand anderes als Ludwig van Beethoven gemeint. Je größer also die Verehrung, umso länger geriet wohlmöglich der Schatten, mit dem der Verehrte die Kreativität seines Bewunderers zu verdunkeln drohte. Das monumentale Vorbild Beethovens ist in allen großen Gattungen der Instrumentalmusik bis weit ins 19. Jahrhundert und darüber hinaus vor allem im deutschen Sprachraum unüberhörbar. Die von ihm geprägten Muster sind allgegenwärtig. Umso merkwürdiger jedoch, dass in seiner Heimat zunächst kaum jemand auf den Gedanken gekommen ist, eine konkrete, also von Beethoven selbst erfundene musikalische Gestalt zum Ausgangspunkt eines eigenen Stückes zu machen. Dazu bedurfte es wohlmöglich des Abstands und des Rückhalts einer eigenen starken musikalischen Tradition, wie es etwa in Frankreich der Fall ist. Hier war Beethoven zu Lebzeiten weitgehend unbekannt. Kurz nach seinem Tod jedoch führte eine Konzertreihe des Dirigenten François-Antoine-Abenek zu einem regelrechten Beethoven-Boom beim Pariser Publikum. Bei aller Begeisterung für dessen Instrumentalmusik gab es indes in der französischen Öffentlichkeit nie einen Zweifel daran, dass die eigentliche angestammte Domäne der französischen Musik die Oper war und blieb. Französische Instrumentalmusik führte dagegen ein Schattendasein. Das musste auch der junge, begabte Camille Saint-Saëns schmerzlich erfahren. Er schreibt, Die zahlreichen blühenden Kammermusikgesellschaften duldeten auf ihrem Programm nur die glänzenden Namen Beethoven, Mozart, Haydn und Mendelssohn. Der Name eines Franzosen, noch dazu eines lebenden französischen Komponisten auf dem Konzertprogramm reichte hin, alle Zuhörer aus dem Saal zu treiben. Um diesem ärgerlichen Zustand abzuhelfen, gründete Saint-Saëns im Angesicht der demütigen Niederlage Frankreichs im deutsch-französischen Krieg von 1870-71 mit gleichgesonnenen französischen Musikern Die Société Nationale de Musique. Die Variationen über ein Thema von Beethoven für zwei Klaviere in S-Dur, Op. 35 von 1874, eine seiner ersten im Anschluss daran fertiggestellten Instrumentalkompositionen, hat dann auch etwas durchaus Programmatisches an sich. Nicht nur huldigt sie dem unangefochtenen Meister deutscher Instrumentalkunst, sondern stellt über ihre Opuszahl eine Verbindung zu einem Werk Beethovens her, die bestimmte Erwartungen erweckt. Bei dessen Op. 35 handelt es sich nämlich ebenfalls um einen Variationszyklus, um die 15 Variationen mit Fuge für Klavier von 1802, die über ihr von Beethoven selbst gefundenes Thema sowohl mit dem Ballett Die Geschöpfe des Prometheus als auch mit seiner dritten Sinfonie verbunden sind. Deshalb werden sie gemeinhin Heroikavariationen genannt und stellen als solche ein Schlüsselwerk der sogenannten heroischen Periode Beethovens dar. Jenem Schaffensabschnitt, der mit Werken wie der dritten und fünften Sinfonie, der Eroica und der Schicksalssinfonie also, aber auch mit dem dritten Klavierkonzert in C-Moll, der Coriolan-Overtüre, der ersten Fassung der Oper Fidelio oder den Klaviersonaten Op. 53 und 57, der Wallsteinsonate und der Appassionata, das Bild Beethovens in der Öffentlichkeit maßgeblich geprägt hat. Sinfon, Werk beginnt tastend, eher wie auf der Suche nach einem Thema. Die Musik scheint sich dann mit einem dramatischen Arpeggio einem Werk zuzuwenden, das ebenfalls zu den charakteristischen und weit bekannten Werken von Beethovens heroischer Epoche gehört. Der Klaviersonate D-Moll, Op. 31 Nr. 2, der sogenannten Sturmsonate. Zunächst wieder Saint-Saëns. Und jetzt Beethoven. In der Sommer 2001 Musik Musik Das Thema, welches Sanson jedoch schließlich zum Ausgangspunkt seiner Variationenfolge nimmt, ist denkbar abgelegen und repräsentiert unerwartet einen anderen, gänzlich unheroischen Aspekt beethovenscher Kunst. Es handelt sich um das Trio aus dem dritten Satz, dem Menuet der Klaviersonate Op. 31 Nr. 3, wie die Eroica-Variation in S-Dur und ebenfalls aus dem Jahre 1802. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier zeigt sich Beethoven von seiner humoristischen, mit der Kunst seines Lehrers Haydn, wesensverwandten Seite. Und um diese prägnant herauszustellen, haben wir beim Thema ein bisschen geschummelt. Was ihnen Richard Schwennecke soeben vorgespielt hat, ist so etwas wie eine einfache, allerweltsmäßig und künstlerisch anspruchslos formulierte Vorform dessen, was bei Beethoven dann wirklich erklingt und später von Sanson variiert wird. Durch ein paar Kniffe hat Beethoven dieser fiktiven Vorform ein charakteristisches Gepräge gegeben. Die Spannungsklänge in der Melodie versetzt er durch große Sprünge in ein anderes Register des Klaviers und erzeugt so einen reizvollen Klangeffekt. Im weiteren Verlauf des Themas verschärft er diesen Reiz weiter, indem er den Klängen chromatische, der S-Dur-Tonleiter fremde Töne beimischt. Ein sich anschließendes Spiel mit diesen dissonanten Klängen führt zu einer merkwürdigen, das Taktgefüge sprengenden Stauung, die sich schließlich in eine Wiederkehr des Anfangs auflöst. Hören Sie nun Beethovens komplettes Trio, so wie es Sansons Variationen als Thema zugrunde legt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Saint-Saëns macht von den besonderen Eigenschaften dieses beethovenschen Themas zunächst einmal sehr zurückhaltend Gebrauch. Mehr noch, überraschenderweise klingen seine ersten Variationen mit ihren virtuosen Figurationen des Themas weniger nach Beethoven als vielmehr nach Mozart, Mendelssohn oder gar Schumann. Erst in der dritten Variation scheint sich Saint-Saëns auf Beethovens Humor einzulassen. Sie ist nichts weiter als eine Reprise des beethovenschen Themas, allerdings in witziger Umkehrung der Intervallsprünge, die jetzt noch größer geraten als im Original. Mit Eintritt der siebten Variation erweist sich vollends, dass Saint-Saëns seine Opus-Zahlen nicht zufällig gewählt hat. Unvermittelt ändert sich die bisher eher heitere, spielerische Atmosphäre und ein düsterer Trauermarsch in C-Moll erklingt. Vom Manuett-Charakter des Themas bleibt nichts mehr übrig als wieder die großen Intervallsprünge und die Chromatik, die jetzt jedoch das ganze Thema durchdringt und Klänge erzeugt, die mit Beethoven nichts mehr zu tun haben. Saint-Saëns Trauermarsch stellt damit eine komplexe Verbindung her, die über Beethovens Variationen Opus 35 hinauf auf dessen dritte Sinfonie verweist. Diese verarbeitet zwar in ihrem Finale das Variationsthema aus Opus 35, ihren populären Beinamen Heroica, verdankt sie jedoch maßgeblich ihrem zweiten Satz, eben jenem berühmt gewordenen Marcha Funèbre. Saint-Saëns hält jedoch auch hier wieder Distanz zu seinem Vorbild. Beinahe will es scheinen, als wolle Saint-Saëns das Pathos von Beethoven's Trauermarsch noch überbieten. Man mag jedoch aus dem pompösen, opernhaften Abschluss der Phrasen auch ein Zeichen leiser Ironie heraushören. Nach dieser Episode in Moll erklingt überraschenderweise wieder die Einleitung. Eine Tabula-Rasa-Situation, aus der heraus ebenso überraschend eine Fuge anhebt, deren Thema sich in seinen großen Intervallsprüngen als neunte Variation präsentiert. Auch in Beethovens Opus 35 gibt es eine solch krönende Fuge und wie bei Beethoven löst sich auch bei Saint-Saëns die strenge Polyphonie in pure virtuose Motorek auf. Doch auch hier, bei der Gestaltung des Schlusses, setzt sich Saint-Saëns in charakteristischer Weise von seinem Vorbild ab. Bei ihm bleibt es nicht bei der Fuge. Sein Schluss macht ein Scherzo. Dieses Scherzo übertrifft in seinen Anforderungen an die Virtuosität der Aufführenden alles Vorausgegangene. Von Beethovens Thema bleiben, ähnlich wie in der Trauermarsch-Variation, nur seine abstrakten Charakteristika übrig. Große, ja atemberaubend große Intervallsprünge und eine geradezu exzessiv auftrumpfende Chromatik. Musik Von seinem Komponistenkollegen Charles Gounault ist Saint-Saëns einmal als Beethoven-Français bezeichnet worden. Das war vermutlich als Kompliment gemeint, aber man darf sich angesichts seiner Beethoven-Variationen fragen, ob Saint-Saëns sich mit einem solchen Vergleich wirklich verstanden gefühlt hat. Sein Credo lautet anders. Im Grunde gilt meine Liebe nicht Bach, Beethoven oder Wagner, sie gilt der Kunst. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der Freiheit und lasse mir nicht die Ziele meiner Verehrung vorschreiben. Verstehen wir das Motto des diesjährigen Kammermusikfestivals an der Musikhochschule Hannover, Beethoven und wir als Frage, so wäre dieses Credo eine bedenkenswerte Antwort darauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.